Iris Klein ist wieder verliebt. Die Reality-TV-Persönlichkeit macht Anfang des Jahres eine Trennung durch. Sie glaubt, nie wieder glücklich zu werden. Doch jetzt funkt es schon mit dem Nächsten. In ihrer Instagram-Story bestätigt die Mama von Daniela Katzenberger, dass sie wieder Schmetterlinge im Bauch hat. Aber wir lernen uns hier gerade erst kennen und wir wollen beide keine Fehler machen. Deswegen gehen wir es einfach langsam an. Und wenn es soweit ist, dann zeigen wir uns, er hat auch keine Probleme mit der Öffentlichkeit. Alles ist gut, alles ist super. Ja, ich freue mich drauf. Weitere Details behält die Ex von Peter Klein erstmal für sich. Doch fest steht, sie kann wieder nach vorne schauen.